ARD Text im Auftrag von Funk Was ist denn ein Weg? Ob das Old der Max dann hätte nicht genug Ressourcen hat Was ist da? Aber jetzt läuft es einfach Bravo hat nur eine Reküre Mach Sani Ja, Auslandslassen Okay Das ist was du früher hattest Ja, hab ich doch Entweder Sani oder Inji, eins von beiden Achso, okay So, wer fehlt noch? Der Loki, der Biest muss raus Biest Raushilfer Shit, jetzt raus So, der Loki, jetzt bauen wir bitte in der Galaxie Hehehe Aaaaaaah Nein, wie? Ich bin keine Biest Biest Raushilfer Ja, Lokis, brauche ich mal bitte am Wob gehen Äh, ihr habt ihn dabei Wenn er Wenn er keine Max hat Wenn er keine Max hat Und die haben ja bloß eine Reküre Ah je Ja, wollte ich auch sagen Er wollte bei den coolen mitspielen Da fliegen wir nicht los Bei den guten Bei den guten Der bleibt halt auf Abruf und wenn wir rausgesprungen sind Ah, da bist du falsch Alter, Markus Am besten jetzt unterwegs in Rochmeiß Alter, Markus Nein, das ist nicht Wie war es? Doch Das ist die Wahrheit Ja, Jumbo Ja, das ist Ja, das ist Schilter Oh, das ist Mein Punktestand Stunden oder Oh, meine auch Ja, immer bei Events 14.000 Oh, meine ist noch schlechter Ja, das ist für Kacke Auch nur 12.000, das kann ich nicht vielleicht Normalerweise habe ich Durchschnitt zu 20 Alle sind immer so richtig still, wenn wir so mit der Galaxie wohin fliegen, das ist voll lustig. Zeitpunkt, Spannung. Ja, mal konzentrieren. Eben wie beim richtigen Ding, wenn es mit dem Ladenspol der Grün geschickt ist, aber es ist auch immer auch weg. Nochmal schnell Vaterunser sprechen. Jetzt sind wir immer direkt zum Sterbe. Das Testament noch schnell kann ich schreiben. Ich habe es heute schon 23 Mal schreiben können. Ja, raus. So, und raus, Jungs. Ich 101 Mal. Lava, kein Kaber. Guck mal, wie praktisch. Hast du das ganze Zeit durchgespielt? Juhu, 102 Mal. Ich habe mich schon zwei Stunden lang. Man muss ja gerade erst sein, ja. Man war als Sterbungskrieg und das ist nicht so geil. Wir sind im falschen Raum, Jungs. Alle kehrten, kehrten Marsch. Oh, stimmt. Ist wirklich der falsche Raum. Wo ist der fucking A-Punkt? Draußen, wenn ich sehr schlecht für unsere Maxis ist. Ich würde sagen, wir verkehren uns da in dem Haus, wo Barth hier auch ist. Schnell, hier ist... Ah ja, das ist... Das ist nämlich auch ein Ausrüstungsterminal und alles. Wir basteln da wieder. Boah, Gamer. Das ist jetzt noch ein bisschen der Max rum. Topic, Punkt bitte in den Haus. Das Problem ist, da wo ich bin, da geht es direkt zum Spawnroom. Also das wäre fast besser, wenn wir das hier nehmen. Dann tun wir es da ein bisschen einkesseln. Ach, ich sage nicht zu laut. Pssst. Das wäre ja übermütig. Da hat er recht, oh. Loh, Loh, Loh. Hey, Sandy ist raus. Ich habe ihn gespottet. Aber mit der Schrotte komme ich halt nicht durch. Was war denn das? Da wäre... Gut. So, geht jetzt runter. Kommen wir nicht. Das war jetzt so ein Satz mit ins Klo. Vorsicht, die Max hinter dir, neben dir. Ja, die hat... So, da ist eine Max. Oh, oh. Ich habe die gar nicht bemerkt. Nein, ich habe die über das Dachkonten und Mitte Etage. Balkon. Gehe alle wieder nach oben. Oh, scheiße. Jungs, alle in der Mitte Etage, die macht der letzte Woche. Ja, ich gebe euch zurück in die Weckung. Ups. Outrieger, sorry. Ich bin tot. Oh, ich habe gerade zwei Leere gekält. Was ist das? Weiter lebt bitte. Das war richtig dumm. Und ich laufe in die Rakete rein. Die kommt von allen Seiten. Hat er noch eine Spawnleuchte gesetzt oder ist die schon weg? Die ist schon weg, das Spawnleuchte. Das war jetzt echt doof. Ich muss sagen, wir haben auch verzweifelt. Das war auch von mir ein bisschen doof, was ich gemacht habe. Ja, bei mir auch. Wie das war, halt mal dabei, das Fahrzeug zu haben. Ja. Ach, Mist. So, was tun wir jetzt? Da wäre ein Sandra gezogen, wo ihr euch reinspunnen könnt. Tot? Tot oder was? Mausetot. Na, fast so gut wie ich. Leute, ihr könnt direkt alle nochmal hingehen, Instant Action ist auf der Base. Oh ja. Wenn es funktioniert. Oder so. Jawohl. Ich kann einen Täter aus mehreren. Ich diesen Kack. Ja, da weißt du ja gar nicht, wo du hinfahren müsstest. Ich kann so lange noch verwendet werden, wenn er sich nicht verpasst. Viel Spaß, ich glaube, es könnte länger dauern. Alter, wie das geil aussah. Toll, jetzt bin ich nicht mehr, sondern leichte. Warum bin ich jetzt eine leichte? Ja, bin ich auch. Ja, ich habe aber schwer rausgelegt. Ja, aber ihr freut mich im nächsten Mal, oder? Ja, aber dann habt ihr nicht gewechselt und dann seid ihr leichte. Selber schuld. Na, ich habe dann auch gewechselt. Trotzdem selber schuld. Ah, scheiße. Jumbo, ich mach mal deinen Nahrungs hochheben, ey. Immer geradeaus. Leicht das nicht wie cool, oder? Badam, bam, bam, badam. Da können wir doch auf Jumbo warten. Bum, bam, bam. Äh, links, links. Ja, natürlich. Boah. Jetzt, jetzt links, Jumbo. Links. Links. Na, dann fahren wir halt geradeaus. Du bist halt verkehrt. Links. Du, bereich nicht. Ich wollte erst mal gucken, ob ich da auch richtig nachfahren kann. Rechts und dann gleich wieder links. Links, jetzt. Ja, okay. Ja, war ganz entspannt hier. Leicht rechts. Leicht rechts. Ja, rechts. Jetzt links. Links. Jetzt geradeaus. Links. Tritt sich hier langsam. Links. Geradeaus. Ja. Nein, geradeaus. Aufs Wasser rauf. Ja, genau. Jetzt muss er gerade... Na, links. Fahr links an dem... Ja, oder fahr rechts an dem Felsen. Fahr weiter von. Absolut. Leute, guck mal da oben. Ach, scheiße, ja, das bringt nichts. Ich hab bloß den Bulldog hinten drauf. Links, Jumbo. Ja, komm, schieß doch einer mit der Bulldog mal hoch. Ja, spart uns. Rechts. Links, links, links. Da ist ein Gebäude. Da kratzt dich. Links. Der ist eine Garage. Links. Gut, mach ruhig jetzt. Eine Galage. Guck mal, der Bulldog kann er an. Warum schießt der denn nicht? Ja, weil der offline ist oder sowas. Ist ja Berchen raus, das ist scheiße. Stop, 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 stop. Stop, stop, stop. Hast du Glück gehabt, Jumbo? Vor uns, vor uns. Oh Gott, hier sind so viele. Ich hab' einfach klein. Ich hab' oben. Weil sie uns aber ab nicht haben. Weil die Arschlöcher sind. Das ist der Thunder nicht offen. Ich fang' jetzt. Das Schild muss hoch. Oh Gott. Ach du Scheiße, ey. Boah, hier vor 50 war's sogar bei der Galage. Was war das jetzt? Loll. Wieso hab' ich so viele von uns getötet? Deiner kann nach. Ihr Fixer schnitt. Die sterben alle. Die Leute, verkämmt euch einfach in den Ecken. Ja, ich steh's doch. Und dafür bin ich nach halber Ewigkeit in der Gegend rumgefahren. Oh Gott, das hat kein... Ich wär' ich hier nicht die Schildgarage nehmen sollen, verflucht normal. Ich hab' ne Idee. Du könnt' den Trupp verlassen. Ja, ich muss den PC in der Schnellnage hinaus starten. Ich hab'n Mies-Rab-Vempel. Okay. Ähm. Ja. Greifen wir da noch mal an? Soll ich noch mal in der Gegend rumfahren? Die haben bestimmt best zoffen, wo sie die gegeben haben. Lern endlich mal. Gut, wir spawnen zu der Galaxie mit dem Täter und Schwere. Galaxie mit seinem Täter und Schwere. Jetzt muss ich hier wieder aussteigen. Aber du kannst gerne den Sandra hinfahren. Greif dir nochmal da an? Noch haben wir keinen anderen Weg, deswegen gehe ich davon aus. Oh, jetzt haben wir ja keinen Wegpunkt mehr. Du kannst ja nicht den Punkt wegmachen. Ich weiß ja gar nicht mehr, wo ich hinfahre. Na, ich kann es da machen, wo du das. Geradeaus. Ich kann es noch sehen. Ja, ich habe einen neuen Wegpunkt jetzt. Ich versuche mich mal ein bisschen anders hinzustellen. 1.600 Meter. Isakoi? So, wir müssen nach ganz rechts oben. Was ist das? Halt Sky-Dog. Wir haben es ja so gut wie eingenommen. Ne. Da fährt doch ein Punkt. Hoch ist rechts hoch. Ich habe immer noch keine Ahnung. Da, 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 da. Da, da, da. Und das sollte doch Galexier abflug geben. Ja, irgendwie Unterhaltung bräuchte man ein bisschen. Ja. Das ist 500. Echt geil, wenn es gerade so Platz vergegen wird. Jetzt bin ich, äh, muss singen. Also, äh, ich habe jetzt, ähm, ähm, Inchi die Stufe auf 5 gebracht. Gib gar nicht. Ja, dann habe ich jetzt einen Rang, ähm. Oh, wie schön. Ja. 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 Glaub, du musst die nächsten Events erstmal Sonny spielen. Ja. Wer? 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 Einer. Gott ist das leise. Das ist eine Krille, jetzt... B tongue, 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 tongue. Na, alle sind voll konzentriert, damit sie die Punkte bekommen. Na, wie viel habe ich noch Zeit? 30. Wie teht so früh so aus, okay. Ihr braucht die theoretisch nicht rausspringen, wir nehmen nur schnell die Punkte mit. Was ist praktisch? ursprünglich nahm ob er an der dinge zu beurte nicht sterben warum bin ich schon wieder leichter schießt doch behindert dieses spiel fest was ihr könnt ich bin wieder leichter warum auch immer wir nehmen nur die punkte mit nicht aussteigen ja auch die arbeit ich bin noch gestorben bleib mal die galaxy halt die galaxy fest noch ich hab noch zwei maxkills gemacht das war nicht mehr viel leben es ist ein bisschen aber ich habe schon leider aktiviert weißt du es wir haben auch keinen ingenieur dabei das dauert dann ewig ich hab das gefühl ich bin wieder verkehrt ja ich verlege ist in der galaxy oh ich bin jetzt ingenieur shit nicht feuern bitte nicht feuern die haben uns schon eh bemerkt ja scheiße ja bloß angriff einfach kamikaze rammel äh iiih aus nein versuch ich verhandelt um mich der bazooka zu treffen die fliegt ja noch was macht denn die eigentlich mitten in der pampa ja da ist ich hab den moskito und drück mir die daumen nein nein da ist ein baum glaubst du achso wir müssen uns selber raus naja gut ok die pamele werden mal laufen ja da hast du dein sandi den sandi der hat es gleich verissen das ist ja jetzt aber sowieso eine andere basis hier oder sollte es sein können dass du doch wobei fährst und abends ja fahrt immer noch oh mein Gott ja als Busfahrer habe ich mich heute nicht qualifiziert warte mal das muss ich auf Video nehmen die unten du hast die die mitfahrer gemacht guck mal da wie das aussieht die ganze fußsoldatenbüste ja cool kann noch jemand mal arkettenwerfer oh man äh äh naja ich hab noch eine Rakete drauf der wird schon verfolgt das fußkommando rückt an ja und und ahja schnell alle jungs schneller 1 2 1 2 den krieg ich zwar umbiegen auf was ab das wuchte immer folgen ja auch gerade über äh gegen den eingang der bernier oder wer ist das ja der bernier oder wer ist das ja der bernier oder wer ist das ja der bernier hat ein blatt gemacht auf die deutsch haben wir nicht also das war nicht abgesprochen nicht überblieben und dann hier auf dem dach ja 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 mal juli ja säb Was ist denn das hier für ein übles Zeug hier? Kein Problem, wir haben es. Hallo. Misteriöser Fremder. Hm, die Valkyrie ist aber ganz schön 10 nehmen. Nun übergeht wir nicht schlecht. So ein paar Fein haben wir noch mal nach dem Haus. Ich bin noch mitgenommen. Die wollen auch nicht mehr leben anscheinend. Genau, er holt mich noch. Mit vollem Leben und vollem Schild, klar. Oh, meinst du dich? Sind die unter uns? Ganz unten sind ein paar Feinde. Wo? Ja. 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 Ja.